Von wo? Weiß ich nicht mehr, aber auch wurscht. Wir fahren jetzt wieder zu C, weil das gehört ja auch wieder nicht uns, ne? Ja. Doch, C ist uns. Ja, da steht aber Defend. Nee, das glaube ich, weil ich den Befehl gegeben habe. Warte, 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 warte. Ja, siehst du? Wenn ich jetzt den Befehl auf D gebe, ich bin der Führer. Weil C ist niemand. Hi Thomas. Gut, dann fahren wir nach... Wohin muss ich jetzt fahren? D, D. Ich capture einfach mal aus der Luft, ne? Ach C wird doch gecaptured. Habe ich nur gesehen. Weiße, ey. Ist aber auch eine Action, ne? Wir sind übrigens bei 46 Minuten, ne? Ja. Und tschüss. Alles klar. Ja, weil da einer mit einem Raketenwerfer war. Nicht capturen. Ist verboten. Weißt du was? Dann komm ich da einfach mit dem Panzer hin. Aussteigen. Dann komm ich da einfach mit dem Panzer hin und schieß da drauf. Ist kein Thema. Ne? Jo. Oh, pass auf. Ich höre Schüsse. Ja, ich höre auch Schüsse. Oh, die sind ziemlich nah. Wow. Die treffen mich aber nicht. Ja, mich auch nicht. Das ist das seltsame. Ich steig wieder in das Gerät ein. Warum? Ich bin wieder drin. Hä? Ah, da sitzt ein anderer drin. Anderer Idiot. Wo soll man denn hinschießen? Äh, ist da ein Heli hin? Da ist ein Sniper. Aber wo? Sniper! Aber wo? Ich weiß es nicht. Der zielt die ganze Zeit auf mich. Er trifft mich aber nicht. Wo seid ihr gerade? Bei C. Bei C, ne? Bei C, ne? In dieser Ruine. Ich guck grad auf C. Warte mal, ich geb mal ein Leuchtfeuer. Hier ist niemand, ey. Ey, wo ist der denn, alter? Normalerweise müsstest du das sehen, dass ich da gerade was geschossen hab. Der Schuss war ziemlich knapp. Da hat einer auf mich geballert, ey. Ja, das war ich mit dem Panzer, aber bin ich drüber geschossen. Achso. Wo bist du die? Wo bist du Chris? Hier, bei dir. Ich versuch mal was. Mal gucken, ob das geht. Ich versuch mal, ob ich über den Fußgänger bin. Warte mal. Ein Heli? Kommen wir ein bisschen nach D rüber. Ja. Helikopter! Helikopter! Ihr wollt nicht. Ey, ihr wollt nicht wissen, wo ich mit dem Panzer herfahre. Untere Brücke. Helikopter! Ja, aber ich kann nichts gegen den Helikopter machen. Wo ist er? Ich hör ihn nicht und ich seh ihn nicht. Komm, rüber nach D, Chris. Ja. Ich gehe übers Wasser. Untere Brücke, da ist ein Panzer. Bist du Jesus? Ne, Wasser ist sicher. Sicherer. Wasser? Nein. Alter, mein Tank. Wasser ist der sichere Tod. Ne, Wasser ist der sichere Weg. Panzer! Alter, die sind hier irgendwo. Tod! Jetzt musst du mal ganz schnell weg. Ich bin tot, aber den Panzer habe ich vernichtet. Ha, 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 ha! Sehr gut. Theoretisch kannst du bei mir spawnen. Es ist zwar nicht gerade sicher, aber du kannst. Leute, ich bringe ja mal ein Panzer mit, ne? Ich kann theoretisch nichts mehr spawnen, weil ich bin irgendwie so vorbei. Ist irgendwie. Ist vorbei. Ich sehe nur noch den brennenden Panzer. Okay. Alter, sind schon wieder alle auf dem Dach, Alter. Gibt's doch gar nicht. Ich kann nichts mehr machen. Fick dich da oben einfach auf dem Dach. Also, ich bin noch im Spiel drin. Witzig, Alter. Also, ich bin noch im Spiel drin, aber... Merkwürdig. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen. Wow. Jo, also würde ich dann sagen, ne? Nach über 50 Minuten Aufnahme... So, was seid ihr gerade? Ja, ich aber nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr spawnen. Ich spawn jetzt bei dem Handy. Ich habe keine Ahnung. Battlefield contains internes und bla bla bla. Wieso? Ready, Alter. Ah, jetzt. Heu nicht rum, du Pussy. Ich flieg nie wieder mit dir. Ailey? Ich sitz in so'n Kampf, Ailey? Ich flieg nicht mehr mit euch. Ja, heu nicht rum. Du kannst, du kannst selber fliegen. Ich fliege, ich kann ja nicht fliegen. Ja. Freddy, ich steig aus, du steigst ein. Äh. Jetzt schießt er die ganze Zeit auf'n Heli, weil er fliegen möchte, oder was? Jetzt komm, stopp. HEP AB! HEP AB! Ich bin drin! Das ist das ne Spasti. Scheiße. Scheiße... Scheiße. Also, wir im Heli sind das perfekte Team. Oh, ich hab mich gerade selbst überfahren. Kannst doch mal mal zeh aus dem Luft einlegen. Ja! Nimm mal einen! Warte. Ja. Oh, oh. Will schon wieder einer auf mich schießen. Bin rausgestiegen. Wo ist der Wichser? Wo ist der Wichser? Ich ziehe ihm die Beine lang. Gegnerischer Heli. Alles klar. Wichser. Ja. Mir scheißegal, wir capturen. So steh ich schön. Komm, einsteigen, Freddy. Ich repariere das Ding. Tot. Nö, tot. Kannst du schon wieder. Ich dreh dich nicht. Tot. Er ist aber auch gut dran, was? 27, 7. Alles klar, dann nehmen wir den Abrams. Das ist kein Ding. Ich komm schon wieder nicht rein. Dann hol ich dich halt mit dem Tank aus der Luft. Wo bist du? Tank? Alles klar. So, bin da. Jetzt pass auf. Wir fahren jetzt einen ungewohnten Weg. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? Warum piep ich denn wie so ein... Jetzt, jetzt im Moment ja nicht mehr. Piepst du denn wie so ein Piepser? Jetzt piepst du wieder. Das war nicht normal. Komm, hör auf zu piepsen. Geh es mal auf den Sack. Wow. Alter, was wir die Punkte haben, ne? Ich weiß, wo wir jetzt herfahren. Ach, der Heli ist bei uns. Ja? Aber weißt du, was ich jetzt mache? Wo ist der Heli? Du willst Heli abschießen? Oh, du Blüter, besser komm her. Unter die Brücke. Vor uns ist einer. In so Nubel. Wo ist er denn? Na, wo bist du denn? Ich seh ihn nicht. Ich guck die ganze Zeit nach oben. Ich seh ihn nicht. Puh, okay, den hab ich. Fahr über die Brücke drüber. Ne, ich fahr unter die Brücke her. Ab. Schön, ne? Ja. Das ist jetzt mein neuer Weg. So, jetzt mit Turbo hier hoch. Na komm. Und da ist der kleine, verfickte Heli. Ich seh ihn nicht. Der ist da oben, hinter dem Haus. Hinter dem Haus. Pass auf, der kommt jetzt. Markier ihn, markier ihn. Hab ich. Ich schieß drauf. Da. Ich muss aufsteigen. Boah. Komm mal hin, durch die. Ach, guck mal, da oben ist so einer. Heilige Scheiße, der Heli schießt auf mich. Hey, du Kleiner. Reucht eure Hilfe. Ich zersteine mal die Ebene halt, ne? Boah, ich hab gerade ein paar Framedraws. Das ist eben nicht. Jetzt ist er Mut. Ja. Fasten? Nein. Nein, nein, der lebt noch. Fasten. Äh. Der lebt noch. Ich muss mit dem Panzer bleiben. Ich muss den mal reparieren. Pass auf, hinter euch jetzt ein. Ich kann ihn nicht. Ach doch. Es brennt. Ich reparier den schnell. Ich reparier es durchgehend. Ist das nicht Teamarbeit? Das ist Teamarbeit. Ich capture. Komm, 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 komm. Ui. Ich hab den Gegner durch den Panzer angeschossen. Ach, da oben wieder. Fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Fahr zurück. Er ist drauf. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich reparier. Ui, 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 ui. Capture nun reparieren gleichzeitig. Mann. Da kommt, da oben ist, glaube ich, noch einer. Da ist einer, ja. Wow. Ist er auf 100? Er ist tot. Ja, Panzer ist auf 100, einsteigen. Nee, 75. Ja, jetzt ist er wieder auf 75, weil irgendeiner mit der Rakete auf uns schießt. Aber lustbar ist kein Ding. DJN, selber da oben mal. Ja, ich habe alles geklärt. Oh, nee, da ist doch nur einer. Die spawnen da. Das ist ein ganzes Squad. Du musst dir aufpassen. Die stehen direkt, wenn du die Rolltreppe hochfährst, äh, läufst. Die spawnen, äh, die campen da. Wo seid ihr, Ficka? Jetzt, jetzt holen die sich den, jetzt holen die sich D. Wo seid ihr denn? Fahr hin zu D wieder. Fahr rein. Da oben sindste. Da. Da ist er. Alter, was geht denn hier? Ja. Übertreib. Scheiße, ja. Das ist hier auch noch ein Tank, Alter. Pass auf, da draußen ist noch ein Tank. Wo? Draußen. Alter, da sind zwei Tanks. Oh, oh, das war so klar. Mit dem Repair-Tool hat er ihn kaputt gemacht. Das ist ja blöd, der Wigst. Ist klar, ist klar. Er ist ja auch Server-Rang 1, er ist ja 31, 8. Er hat ja schon 16.000 Punkte. Oh. Was geht denn mit ihm ab, er? Ja, er hat kein Leben. Er hat zu viel Freizeit. Und jetzt, und jetzt kommen die ganzen kleinen Kiddies wieder. Ey, du bist einfach nur Nubig. Deine Mutter ist Nubig, Alter. Ich schäume bei DJen. Hm. Ja, bei mir ist sicher. Nehmen wir mal eben schnell ein Auto und kommen mal rüber. Auf nach D. Oh. Ne, bei mir ist doch nicht sicher. Da ist er. Ne? Ne. Ich konnte ja auch nicht wissen, dass da so ein beschissener Panzer da um die Ecke kommt. Fuck, Alter. Tot! Ey, wird jetzt gecaptured, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Äh, was ist denn bei A los? Ja, jetzt kommen die mit dem Panzer rüber. Ah, meine Fresse. Ja, wo denn? Von wo? Da. So, jetzt capture ich auch mal A. Wir capturen A. Genau. So, ich drehe mich mal. Oh, abfuck, Mann. Was ist denn bei B los? Dieses FTA, Alter, das ist das. Weiter, weiter, weiter. Haben wir, haben wir, haben wir. Nächste. Wir dürfen keine Zeit verlieren hier. Ich höre den Helikopter. Guck mal, Verstärkung. Direkt zu B durch. Ja, ist ein unserer Helikopter. Direkt zu B durch. Ja. Oh, scheiße. Da steht ein Tank. Ah. Und töte den. Äh, ich, äh, stelle uns mal hinter die Wand. Das ist genau das gleiche hatte er auch vor. Weiß nicht, ich muss jetzt mal aufpassen. Ich stelle mich jetzt einfach mit dem Auto aufbiet auf. Und dann gibt es schon was. Ich bin Satya, ne? Ja, ja. Kreuzer, Auto get checked. Omas, bist du am Schießen da oben? Ja, ich bin das. Okay, gut. Hab ihm das Auto kaputt geschossen. Ach ja, wir haben einen genommen. So, weiter. Ui. Oh, wenn es einmal nicht ist, ist es da nicht super. Alter, kannst du eigentlich auch mal fahren? Oder was? Ja, Entschuldigung, der Lacko ist am Weg. Der Lacko. Yo. Und ab ins Wasser. Ab nach C rüber. Ich bleib hier bei... Näher dran. Bei B in einem Gebote. Nee, C gehört uns. C gehört uns. Dann rüber. Nach E. War so schnell wie ich kann. Ich muss doch mal irgendwann mal ein Ende haben, dieses Spiel, oder? Ja, 14... Wir haben noch 14 Dings. Was haben wir noch, 14 Dings? Hm, 14 Tickets. Ich höre es jetzt schon, die Sirenen. Ha. Das... Das kam jetzt ziemlich unerwartet. Das hier. Keinlicher Heli, ich habe mich nicht immer markiert. Ah, A wird wieder eingenommen. Ja, A wird eingenommen. Ja, von uns. Helikopter! Echt? Ich höre ein. Äh... Gut. So ist gut. Bleibt drin stehen. Ah, ist von uns wieder eingenommen. Ja, oder? Vor uns. Ich sehe nichts. Wir hängen. Ah! Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ja, das ist klar. Tot. Jo, tot. Was ein Wichser, Alter. Ah, wir haben noch einen Abrams. Aber diese Leute, ich glaube, wir müssen mal langsam Schluss machen. Wir haben jetzt eine Stunde voll. Ja, die Runde ist aber gleich zu Ende. Fuck. Ja, ich würde sagen, die Runde noch zu Ende. Tickets Reminance 12. Nur noch 11 Tickets. Das heißt, ungefähr 30 Sekunden oder was ist das noch und dann bis vorbei. Ja, 9. Dann fahren wir noch ein bisschen. Jo, ich bin auf jeden Fall in deinem Panzer. Und links. Ich glaube, mit dem ins Wasser wäre vielleicht nicht so gut, ne? Ne, wir kommen aber nicht über den Bubenkübel drüber. Ein Ticket noch und das war's. Das war's. Oh, eine geile Runde, Alter. Ja, aber trotzdem haben wir zu Null verloren, ne? Ja, egal. So, liebe Leute, ich danke erstmal fürs Zusehen. Ich bedanke mich natürlich bei den Leuten, die mitgespielt haben. Alter. Oh, ich bin schon wieder aufgeschickt. Oh, Private First Class. Oh, ich bedanke mich natürlich auch bei Freddy, bei DJN und will sagen, damit war's, dass wir heute nach einer Stunde Aufnahme reicht's mir dann aber auch, ne? Gewöhnt euch nicht unbedingt, also die Mikroqualität, wollte ich jetzt nämlich auf jeden Fall ändern. Oh, zweiter Platz habe ich sogar gemacht. Vor DJN sogar. Ja. In dem Sinne, Leute, haut da rein, bleibt da geil, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Sikowski.